Professionalität beginnt hier. Unsere Welt steht jeden Tag vor neuen Herausforderungen. Eine davon ist, dass das ganz Große ohne das Unsichtbare nicht existieren könnte. Wir erwecken ganze Gebäude zum Leben. Denn wir sind die Spezialisten für Stark- und Schwachstrom. Wir haben den kompletten Durchblick und schauen bei allen Objekten genau hinter die Kulissen. 180 Fachleute stehen hinter ihrem Projekt. 25 Lehrlinge werden zu Spezialisten. Durch uns fließt Strom. Innovative IT- und Elektro-Lösungen für Unternehmen wie für Private.